Scheißding Oder... Ne, Moment, ich bin grad am überlegen, genau Ja, warte, 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 ich warte, ich denk... Ja, 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 ja... Ich handel hier schon wirklich wieder ohne irgendwas zu sagen, also wir brauchen Bone, wir sind zwar, also gut... Bevor ich hier wieder anfange, scheiß zu laber, was ich hier denn ganz mache, also es gibt eine gute Methode, eine schnelle, einfache Methode, Seeholz zu beschaffen, da wir ja... Genau, da wir ja so wenig haben... Und so... Mal so, wo ist das hier? Wir gucken drauf... Bäm, hast du schon einen Baum, den du ganz einfach fällen kannst. Ich erzähle den Leuten bestimmt nichts neues, aber so muss man sich nicht, ähm, groß auf die Suche nach Bäumen machen. So... Du kommst mal... Da... Da... Da hin... Hallo... Ich hasse ja jetzt wirklich... Und verstehe ich ja nix, scheiß Hetze, ey... So... 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 Du kommst auch mit, ähm... Da, Setzling... So... 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 Und... 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 ... Come... Boom... Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha... Ich anzünde ein Feuer... Und die Sonne geht in Kürze unter... So... Dann schauen wir uns das Feuerwerk doch mal... Oh, Setzlinge... So... Dann schauen wir uns das... Mal sehen, ob ich da was falsch gemacht... Na und irgendwie nicht, oder hier oder da... S sensor Elite oder da... Wegen Bäume fällen... Sonne geht unter... Ähm... Chart. Schönes Feuerwerk... Hopp... Nice, folks! NanIRNNня, subtracts... Schön aus... Um beides sind... Nichts, was ist, vom Staub übrig exclude... Boomenmehl drauf... Klopp... ...und Baumfällen... zu normalerweise denn so loben Ui Stolp, 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 Stolp Naja Da passt jetzt So den Baum lassen wir mal in sein Einzelteil jetzt da fallen Der Baum kommt weiter oder das, was im Baum noch übrig ist Stopp Mh Die Tür ist zu Da hab ich jetzt Angst wegen Spinnen Naja egal Die ist auch zu Ich denke ich hab Spinnen können ja nicht angreifen während man schläft Na ich weiß nicht Naja ab ins Bettchen Ja 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 Irgendwas läuft da auch rum So ab ins Bett Mit dem Schwert werfen und Ja Guten Morgen Ja 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 Oder Moment, das ist untergründige, das können wir auch in den Raum machen, den wir gefunden haben, weil das dann cool ist, hat ein geiles Ambiente. Mal sehen, wo war das jetzt hier noch? Was war denn hier noch? Ach ja, hier haben wir uns ja im Gravelang gehabt, weil wir die so komischen Geräusche da gehört haben. Wir können uns ja den Raum da nehmen, der so cool aussah, weil der so einsam und verlassen ist, dann können wir den auch mal in der Geheimtüche verschießen. Und wenn wir Glück haben, kommen da die Monster auch nicht ran, aber wenn doch, dann können wir in den Raum reingehen, dann sagen wir, das ist ja noch cool, ja, das können wir machen. Also, wo war das, wo war der nochmal? Ja, das Eisen, das Gold, wo waren die da einsam und verlassenen Raum? So, hier, ähm, ne. Hier lang? Wo war denn der noch? Hier war ja die gefährlichste Höhle aller Zeiten, ne? Ähm, wo war denn der? Hallo? Zombie! Wo war denn der da? Oh? Wow! Oh Gott, oh Gott, ich geh hier lieber weg, ich geh hier lieber weg. Ich glaub, da ist ein Spawn. Oder eine Spinne, oder keine Ahnung, oder wie, oder was, oder haaa. Wir geh hier lieber raus, wir geh hier lieber ganz schnell. Raus, 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 raus. Raus. Hallo? Geh doch. Ja, raus. Ja, ist gleich voll. Muss ich wieder neu aufnehmen. Das ist wohl so ein Stündchen, kann ich mir nicht aufnehmen. Leider. So, hier geht's zum Glück wieder rauf. Scheiß Zombies, ey. Halt die Schnauze! Ich kann's besser als du, ey. Naja, nicht wirklich, aber du gehst mir auf den Sack. Guck mal den Sack auf den Sack. Du bist überkloppt, du bist... Oh. Ja, lass... Ja, machen wir das weg, Mann. Obwohl... Nee, das sieht doch cool aus. So schwebende Holzblöcke. Ja, ach, das lass ich dann mal sehr cool aus. Das lass ich da jetzt einfach mal. So, ein schöner Pool vor der Haustür. Ja, die Aufnahme ist gleich voll. Wir haben noch ein paar zehn Sekunden oder so. Ja, gut, okay, dann... Dann würde ich jetzt mal sagen, tschüss. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. In diesem Sinne, bis dünne. Bis dünne.